ja hallo liebe angelfreunde herzlich willkommen heiligen hafen corona der schnutenpulli beschäftigt uns alle seit mehreren wochen ist mittlerweile alltag geworden wird zum täglichen leben bei uns dazu ist immer dabei und das ist eigentlich auch die botschaft die schiffe die hochseangelschiffe fahren in kürze wieder montag mit euch zum fisch und ja das ist der hinweis auch da kann es teilweise sein dass ihr einen mund nasen schutz benötigt deshalb der tipp oder die bitte bringt ihn bitte mit an bord und wir haben in den letzten wochen ein umfangreiches hygienekonzept und sicherheitskonzept erarbeitet um eure sicherheit hier an bord beim angeln zu gewährleisten aber natürlich auch die sicherheit der mitarbeiter es gibt bestimmte regeln die wir einhalten müssen nämlich zum beispiel dass wir abstände einhalten dass wir halt in bestimmten situationen hat den schnutenpulli aufziehen oder halt dass wir uns regelmäßig die hände waschen dass es zugritten begrenzung gibt es gibt aber natürlich auch eine begrenzung von der zahl der angler auf den jeweiligen schiffen abhängig von der größe deshalb die bitte an euch meldet euch rechtzeitig vorher an damit wir euch den platz sichern können ja und dann geht das los ab montag 18 mai wir freuen uns auf euch vielen dank und bis bald wir sehen uns an der küste petri heil